So, dann klären wir noch die Frage, für was der grüne Knopf da ist. Im Direktmodus bringt man ja gar nichts, wenn ich den drücke, passiert gar nichts. Im T-Modus hingegen kann ich mit diesem grünen Knopf relativ schnell in meine Hauptgruppe zu wechseln. Also bei jedem Funkgerät ist hinterlegt, was ist sein Hauptkanal sozusagen. Wenn ich dort eben den grünen Knopf drücke, springt es wieder bei uns jetzt in dem Fall auf Heilhop zurück. Der grüne Knopf ist überhaupt dann ganz praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel auf KAD-Einsatz in einem anderen Bezirk bin. Ich bin da jetzt zum Beispiel im Bezirk Lilienfeld und wir fahren jetzt dann wieder zurück und ich möchte dann schnell wieder zurückschalten. Dann eben, wie gesagt, auf den grünen Knopf, ein bisschen länger draufdrucken, passt, bin ich wieder im Heilhop-Modus.